die sind viel zu schnell ich würde sagen wir haben es Eidechsenhaut ja moin ja aber der dahinten ist viel wichtiger den um zu hauen aber Eidechsenhaut ist auch schön ein paar streichel anhalten und unter der kinn kraulen ja ja sicher sicher ja wie sonst so ich muss mal gucken meine werte meine werte von mir her also ich soll ja Eidechsenhaut wo soll mit dem ganzen krami meine ja nur nicht mal holz nachfüllen oder sowas ja endlich ein bisschen nicht viel so stöcke auch mal auf wieder freue ich das Holz einfach davor so dann können wir das hier wieder machen und ich muss gleich Thymian-Tee trinken und was zu essen ich brauche Wasser Moment hatte ich in die eine Flasche schon ausgekocht ja aber eigentlich macht es jetzt den Thymian-Tee zu trinken jetzt haben wir drauf total viel Kumpatsch so warte mal das Teil können wir da reinstecken dann könnten wir erstmal Thymian-Tee irgendwie finden und zu uns nehmen das macht Sinn jetzt machen wir noch was zu essen halt mal halt mal vergammelt das auch zu klein um daraus einen Handschuh zu machen äh hast du jetzt Bits extra gekauft mein Lieber nee 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 vorhin ist das waren die letzten ne oder wie war es mein Lieber danke dir auch dafür aber ja die hinten kostenstürze ne und so du weißt bitte ein Bit aber sowas von wobei das ist mir zu bitterlich aber ich muss da auch noch zum Kiosk runter ja ja also eigentlich schon aber irgendwie nehmen also nicht so so was zu essen warum brauchen wir auch noch boah und ich weiß nicht ob ich den Rest hier den Mais rette rette den Mais äh sprich dass wir daraus äh Dinge tun und zwar Samen ja aber nein aber ja aber nein aber nein aber doch äh was genau so genau so ja ich weiß es kostet ja auch Geld ne so aber ja wobei ja das Gute ist dass äh ja gut Amazon kriegt's ja schon vorhin in dem Sinne also ich kenn auch Leute die darüber meckern ja 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 die Plattform verdient Geld ja die gibt auch Geld aus und und ja ja ich immer so Leute ne über alles meckern ja ich meine ohne das ganze gäb's ja auch nicht ne äh was sagen die Rest im Haus so oder um Haus so oder ihr im Haus hm die Rest ihr im Haus ich werde sterben wenn ich nicht bald esse ja essen ist ja äh äh in der Mache m'lady weil ich esse das hier schnell aber das ist auch blöde und ich esse ein paar Bohnen hmhm toxic ich komme äh ganz wenig Holz essen oder sowas ja sie da siehst du das Game sagt auch was was sagt das Game was stimmt auch nicht das ganz ganz lieb und ja legst Holz wieder da rein ne ne boah ey ich hab so viel Volt schnell gut anholen und dann zock mal was zusammen ähm ja irgendwie sowas war das ähm ne ich muss hier erstmal hingehen kurz vor das Foto an mein Lieber ey ey ähm ich hoffe das ist bald fertig bevor ich verhungert bin wo ist bevor ich verhungert bin du da du da du da t mh 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 e mentally mh ihr müsst ihr erst mal sagen welches projekt ihr mitmachen wollt und wann ihr zeit habt damit man auch planen kann kann man ja schlecht planen müssen essen auch das essen essen und dann halleluja es geht uns wieder gut so ich würde mal die dinge aus kochen eigentlich gut wenn man so ein ding hier machen könnte was komplett sauberes wasser dann hat man diesen aus koch ein bisschen wecken lässt danach ja aber gut ja ist wichtiges wasser ja und regnen dürfte auch mal wieder das ist richtig also die nicht trinken in die andere wasser flasche also das ist noch drinnen 29 herz was was von 16 uhr bis 22 herz was ja gut das schreibt gerne in disco dann kann man es mit anderen abgleichen und ralala und es ist ja auch japanesisch reden und da sind schon wieder kiefer alter kiefer verwiss ich hier war komm her ich habe es ist hell und da sind schon wieder kiefer alter kiefer verwiss ich hier war komm her ich muss sich hauen ja gut du warst ein kiefer mal kann man nicht sprinten irgendwie nehmen man kann noch ein noch ein noch ein dann haben wir es ich brauche pfeil und bogen geht viel besser haben wir auch einen kiefer mit pfeil und bogen versuchen zu schießen könnte schwierig werden ey wir haben noch zwei kiefer na toll müssen jetzt ständig hier kiefer kommen komm gleich verrotten die auch noch oder ja in zwei tagen du meinst tik tok oder was das ist abgekauftes ts ja gesundheit ähm ähm mhm das ist ja nicht aber ähm ne ok ähm 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 will ich den hier auch hauen au 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 äh ob ich jetzt wärme äh äh wer will denn so was ja moin ihihihi 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 ja kann man wohl aber irgendwie ich hab grad äh 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 ähh äh Muss sein, wenn man es ums Leben kämpft. Ums Überleben kämpfen wir hier doch. Oh Gott, ich muss die Blumen gießen, scheiße. Also, Alter. Du drückst davor und er ist fünf Meter weiter. Ist geil, Alter. Hm. Ja, kippst doch gleich davor den Ausguss. Also, hallo. Auch eine Idee. Gute Wasser. Ach, in der Apokalypse ist man doch nicht wählerisch. Da wird alles verburschtet. Ja, so ungefähr. Sogar Gedärme, wie man sieht. Wow. So, warte mal. Das sollte ich auch noch mal auskochen, ne? Ja. Kika, Kika kochen. Also, ich sag mal, zu essen und so haben wir eigentlich genügend relativ. Relativ, aber... Ich müsste auch noch gießen. Ja, ich müsste auch nicht so... Gieß, 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 gieß. Ich hab nicht ein riesen Wasserproblem irgendwie. So, äh... Ja, äh... Hier vorne, das ist ein Auffang-Ding. Ähm... Das hat jetzt, äh... Erstmal hatte ich nicht hier vorhin eine Echse und so. So, Echse, Dings, dralala. Ich hab hier wieder keinen Platz. So, bereit gekocht zu werden. Diese Nahrung wird... Ja, wir haben in zwei Tagen. Alles verdirbt hier in zwei Tagen irgendwie. Äh, irgendwas... Warte, irgendwie zwölf Tage oder zehn oder irgendwas. Gut, also das Ding ist bereit gekocht zu werden. Ja, dann. Reicht das oder Echse? Warte mal, Echse. Äh... Eidechsen-Spieß. Wasser und... Ach, ich brauch mehr Wasser. Silber. Warte mal, ich hab nicht die Kanne noch in der Hand. Hand, Kanne, Wasser, Bumm. Echse kochen. Echsen-Spieß. Na, lecker. Wird ein Schmackhofer-Zwerden. Boah. Freu mich jetzt schon drauf. So, die Dinger müssen wir auch mal nachfüllen. Komm ich an den da unten nicht ran. Äh, 15 Uhr. Soll den noch hell sein. Ja, schmeiß es wieder... Oh, ich liebe den da. Ja! Mein Gott, ich jetzt aktiviere ihn doch. Leck mich am Abend. So, der da, grün. Lila, türkis. Irgendwie. So, Rinder. Über die Kinder. Uff. Äh. Ja, genau. Die Bohnen hier gehen auch in zwei Tagen. Nee, Moment. Diese Nahrung wird verfaulen in 25... Oh, die Bohnen sind gut. 25 Tage, das ist gut. Ja, Bohnensuppe machen oder sowas. Ähm. So gibt's auch Eichhörnchen-Spieß. Oh, warte, da hinten war noch ne Echse, ne? Ja, ja. Oh, in der Wüste rottet sie nicht oder so. Keine Ahnung. Da wird sie doch schön selbst gegart. Und da ist schon ne geküsst oder so. Äh, so. So, Eidechsenhaut. Tralala. Momm, 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 momm. So, dann können wir gleich einen zweiten Eidechsen-Spieß machen. Ich glaube, der bringt gar nicht viel, ne? 20. Ja, immerhin. Besser als gar nichts. Uff. Ja, ich weiß nicht. Sollten wir die Samen auf petto halten? Obwohl, ich kann noch mehr.